Jetzt gibt es hier noch andere Kanäle, die diese Textur beeinflussen kann, zum Beispiel die Intensität. Und die Vermutung wäre jetzt ja, dass wenn ich die Intensität von dem Material auf 0 stelle, das heißt, wenn die Intensität bei 0 steht, dann dürfte jetzt eigentlich dieses Material kein Licht mehr zurückwerfen und daher ganz schwarz erscheinen. Und ich rendere das jetzt mal und Sie sehen, das Material ist also schwarz. Und die Vermutung wäre jetzt ja, dass wenn die Textur die Intensität beeinflusst, dann müsste sich ja hier irgendwas ändern. Deswegen nehme ich jetzt mal bei Color das Häkchen raus und setze es bei Intensity. Alles ist blau. So, wie kommt das? Das ist merkwürdig. Nun, der Grund dafür ist, dass wir Farben verwenden bei dem Material. Also dadurch, dass ich hier diesen Farbverlauf eingestellt hatte, weiß Blender jetzt nicht genau, was er mit diesen Farben anstellen soll. Das sind ja Rot, Grün und Blau Werte. Und diese Rot, Grün und Blau Werte, die kann Blender jetzt nicht verwenden, um diese Intensität zu steuern. Deswegen wird hier dieser Wert 100% verwendet. Und wenn ich die Intensität auf 0 stelle, dann haben wir jetzt wieder ein schwarzes Material. Jetzt hilft uns aber dabei die Textur nicht wirklich weiter. Also was können wir da tun? Nun, wenn wir hier eine farbige Textur verwenden, dann müssen wir die erstmal konvertieren. Und zwar gibt es hier unten diesen Button RGB to Intensity. So, dass jetzt hier also diese RGB, diese Rot, Grün und Blau Werte, erstmal zu einer grauen Intensitätsskala konvertiert werden. Das heißt, jetzt mache ich hier mal das Häkchen und rendere nochmal. Und jetzt sehen wir, was passiert. Jetzt wird nämlich alles das, was vorher bei unserer Textur hell war, also was weiß war, das wird jetzt hier gewertet als eine Intensität von 100%. Und da, wo die Textur schwarz war, da ist es jetzt eben dunkel und da ist die Intensität dann auch eben entsprechend dunkel. So, das Problem dabei ist, wir können das jetzt scheinbar nicht kombinieren. Sodass, wenn ich jetzt sowohl Intensität als auch Color verwenden will, dann haben wir immer noch nicht das Ergebnis, was wir haben wollten. So, und das liegt eben daran, dass ich hier diese Rot, Grün und Blau Werte zur Intensität konvertiert hatte. So, und wenn wir das jetzt genauso verwenden wollen wie vorher, dann würde ich jetzt hier das Häkchen wegmachen. Stattdessen die Textur einfach zweimal verwenden, sodass ich jetzt hier diese Textur bei dem zweiten Texturkanal wiederum verwende. Geht also hier zur Textur. Die Farbeinstellungen werden übernommen, wenn man eine Textur zweimal verwendet. Aber dieses Influence Mapping, das kann eben unterschiedlich sein. So, dass ich jetzt hier, wenn die Farbe aktiviert ist, wieder das Ergebnis habe wie vorher. Nur eben, dass da, wo vorher hier noch dieses rötliche Material war, das jetzt auch dunkel ist, weil durch diese zweite Textur, beziehungsweise durch die erste Textur, das jetzt hier mit der Intensität 0 versehen wird. Und Sie sehen es also dadurch, dass wir hier verschiedene Texturen mischen können. Also wenn ich jetzt statt dieser Textur mal eine neue erzeuge, indem ich hier einen sogenannten Single-User draus mache. Das heißt, ich verdopple unsere Ursprungstextur. Also diese Text wurde jetzt doppiziert in Text.001. Und hier kann ich jetzt wieder einen ganz anderen Typen einstellen. Und ich habe das jetzt mal zur Clouds-Textur verändert. Die Farbeinstellungen, die will ich auch verändern. Jetzt nehme ich hier mal Pink und ändere hier den Kontrast, das Kontrastverhältnis. Und auch soll hier wieder eine softe Farbe verwendet werden, ein softer Übergang. Also ein Soft Noise. So. Rendern. Und hier haben wir jetzt also diesen Einfluss noch von der ersten Textur, die hier dieses Muster beeinflusst, dadurch, dass hier diese Intensität auf 0 gesetzt wird. Und gleichzeitig die Farben, die dann von der zweiten Textur jetzt mit diesem Pink noch belegt werden. Und so kann man also hier mit verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen Texturen bestimmte Effekte erzielen. Und ein ganz wichtiger Effekt ist das sogenannte Bump-Mapping. Und dieses Bump-Mapping, das will ich mal demonstrieren, indem ich diese eine Textur wieder lösche. Und auch die erste Textur lösche. Und stattdessen jetzt eine ganz neue erzeuge. Also eine Clouds-Textur. Und ich lasse das jetzt hier mal bei einer Schwarz-Weiß-Skala. Also ich stelle hier keine Farben ein. Aber die Größe soll hier wieder ganz klein werden, so wie wir das vorhin schon mal kurz hatten. Also 0,01. Jetzt haben wir hier dieses Rauschmuster. Vorher muss ich natürlich die Intensität wieder hier auf 0,8 stellen. Sonst sehen wir ja nichts. Also jetzt hier sieht man vielleicht ganz leicht, wie dieses kleine Rauschen hier entsteht. Und ich will aber nicht diese pinke Farbe haben. Deswegen gehe ich jetzt wieder hier zu diesem Influence-Mapping und mache das Häkchen bei Color komplett raus. Und wenn ich jetzt rendere, dann hat man natürlich wieder das Original-Material, weil die Textur jetzt im Moment nichts beeinflusst. Und deswegen gehe ich jetzt hier zu diesem Geometry-Menü und aktiviere Normal. Und Normal, das kennen wir ja schon von den Meshes, also die Flächennormale. Und hier sehen wir auf einmal einen ganz interessanten Effekt, nämlich so ein Rauschen, das aussieht, als hätten wir jetzt eine geriffelte Oberfläche. Und die Oberfläche an sich wird zwar nicht verändert, aber das Licht wird so geleitet über die Oberfläche, als hätten wir hier lauter kleine Erhebungen. Das heißt, hier wird auch wiederum die Flächennormale verwendet. Und zwar so, dass das Licht entlang der Normalen so verändert wird, dass es eben hier so über diese Oberfläche fließt, als wären hier kleine Unebenheiten. Und bei einer Einstellung von 1 wäre das vielleicht etwas viel. Also stelle ich das mal runter auf 0,1. Und jetzt sieht man immer noch diesen schönen Effekt. Also sieht das aus, als hätten wir hier eine raue Oberfläche. Dieses sogenannte Bump-Mapping, also das Geometry-Normal-Mapping, das kann man auch einstellen. Hier unten gibt es einen Menüpunkt Bump-Mapping. Hier kann man also die Methode einstellen. Und im Moment heißen die noch Best-Quality, Default, Compatible und Original. Das wird sich in der nächsten Version von Blender schon ändern. Da ist es dann eher Low-Quality, Mid-Quality und Best-Quality. Jetzt versuche ich mal einfach Original. Mal gucken, was passiert. Also hier ist dieser Effekt jetzt viel kleiner, weil die Qualität von diesem Bump-Mapping sehr viel niedriger ist, als die Standard-Methode. Und dann kann man auch die Best-Quality verwenden. Und hier gibt es dann auch nochmal einen schönen Effekt. Also mit Default, beziehungsweise mit Best-Quality ist dieser Effekt von diesem Bump-Mapping viel stärker. Sodass man hier jetzt sogar mit einer Einstellung von 0,05 immer noch einen guten Effekt erzielen kann. Und wenn ich jetzt mal an unser Wohnzimmer denke, dann ist es natürlich ideal, um hier eine schöne Rauhfasertapete zu erzeugen. Normal-Mapping ist nicht zu verwechseln mit Displacement-Mapping. Wenn ich hier mal das Häkchen rausmache und stattdessen bei Displacement einstelle und das rendere, dann sieht man hier jetzt einen ganz anderen Effekt. Also bei Displacement werden, wie der Name schon sagt, die Vertices tatsächlich displaced. Also werden woanders hin bewegt. Und das kann natürlich nur da gehen, wo auch Vertices sind. Also hier im Falle von diesem Würfel passiert hier jetzt scheinbar gar nichts. Also nur da, wo auch tatsächlich Vertices vorhanden sind, können diese Vertices auch bewegt werden. Sodass jetzt hier auch so eine raue Oberfläche entsteht. Aber auch da, wo wir jetzt hier diesen Rand sehen von dem Objekt, sehen wir, dass tatsächlich jetzt sich auch die Form verändert hat. Und wenn ich jetzt mal diesen Würfel nehmen würde und im Edit-Modus unterteilen ein paar Mal und jetzt nochmal rendere, dann sieht man, dass jetzt hier auch ein Effekt entstanden ist. Nämlich jetzt werden diese vorhandenen Vertices auch tatsächlich bewegt im Raum. Und zwar je nachdem, wie stark man das Displacement-Mapping hier einstellt. Also wenn ich das auf 1 stellen würde, dann wäre das extrem. Sieht zwar auch nett aus, aber ist im Falle vom Texturieren in der Regel nicht so günstig. Aber man kann hier auch schöne Effekte mit erzielen. So und diese Methoden, die kann man auch kombinieren. Also ich könnte sowohl die Farbe beeinflussen lassen, als auch das Bump-Mapping. So dass jetzt hier sowohl sich die Farbe verändert, als auch, dass ich hier diesen Bump-Mapping-Effekt habe. So einen letzten Kanal möchte ich noch vorstellen. Und das ist hier das Alpha-Mapping. Also wenn ich hier ein Häkchen mache bei Alpha-Kanal, ich mache mal Geometry wieder aus. Dann kann ich durch den Alpha-Wert von der Textur den Alpha, also den Transparenzwert, von dem Material überschreiben. So das heißt, wenn jetzt hier Alpha auf 1 gesetzt ist und ich in meiner Textur, und dann nehme ich jetzt nochmal die Textur, die wir vorher hatten, eine Farbe, die eine Transparenz hat, dann nehme ich jetzt mal hier diese dunkle Farbe. Also ganz so wie am Anfang, da hatten wir ja auch bei dieser Farbe eine Einstellung, wo Alpha auf 0 war. Also das wäre jetzt transparent. Kann man sich auch in der Vorschau mal anschauen. Wenn ich jetzt hier bei Show Alpha ein Häkchen mache, dann sieht man das hier jetzt, also da, wo vorher diese schwarze Farbe war. Das ist jetzt also transparent. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das jetzt rendere. Ja, nichts passiert. So, woran liegt das? Nun, im Moment wird der Alpha-Wert von dem Material ersetzt, von dem Alpha-Wert von der Textur. Da jetzt aber hier 1 eingestellt ist, kann hier nichts überschrieben werden. Also muss man sich einfach merken, wenn man will, dass die Transparenz von der Textur den Alpha-Wert von dem Material überschreibt, dann müsste man erstmal in den Materialeigenschaften hier Transparenz überhaupt aktivieren, damit wir überhaupt etwas haben, was beeinflusst werden kann. Und stelle jetzt also Transparenz ein, mache hier ein Häkchen, lasse das auch bei Z-Transparency, denn ich brauche jetzt keine Brechung und kein Glasmaterial, es soll einfach nur transparent werden, und stelle Alpha auf 0. Denn erst, wenn der Alpha-Wert von dem Material auf 0 ist, dann kann dieser Alpha-Wert von der Textur den Alpha-Wert von dem Material auch wirklich überschreiben. Sodass, wenn ich das jetzt rendere, kann man jetzt hier durch diese Materialien hindurchschauen. Und um das jetzt vielleicht etwas deutlicher zu sehen, versuche ich mal, den Bereich größer zu machen, der hier transparent ist. Also bewege diese beiden Regler von dieser Color-Ramp ganz nach außen, sodass jetzt hier ein größerer Bereich ist, der transparent ist. Wenn ich das jetzt nochmal rendere, dann sieht man das jetzt noch viel deutlicher, dass hier also alles transparent ist, insbesondere hier. Also hier kann man jetzt wirklich durchgucken. Das Ganze funktioniert auch mit Raytracing, sodass, wenn ich jetzt zusätzlich zu dieser Raytracing-Methode noch einstelle, dass hier ein Index of Refraction das Licht bricht, also ich stelle das mal auf 1,5, dann können hier jetzt also wirklich sehr interessante Effekte entstehen, wo wir also einmal diese Halbtransparenz haben da in diesem Bereich und aber gleichzeitig auch diese Brechung. Also da kann man mit diesem Textur-Mapping sehr interessante Effekte erzielen. Alle die Texturen, die wir bis jetzt kennengelernt haben, waren die sogenannten prozeduralen Texturen, also Texturen, die hier aus automatischen Algorithmen erzeugt werden und je nachdem, was hier für eine Formel verwendet wird, sieht die Textur mal so oder mal so aus. Und das ist sehr schön, weil diese Texturen unendlich groß oder auch unendlich klein werden können, ohne dass es irgendwelche Schnittkanten gibt. Aber der Nachteil ist eben auch genau der, dass sie nämlich prozedural sind, dass sie also computergeneriert sind und dass man jetzt keine Bilder hier verwenden kann. Aber gerade für Texturen ist es häufig wichtig, dass man ein Bild verwenden kann, wenn man zum Beispiel das Bild einer Wand oder das Bild von einem Fußboden auf ein Objekt draufmappen will. Und daher kann man im Blender also auch eine Textur ändern. Und zwar deaktiviere ich die jetzt mal, falls wir die später nochmal brauchen und erzeuge hier in einem freien Texturslot eine neue Textur. Und statt dieser Wolkentextur möchte ich jetzt hier ein Image oder ein Movie verwenden, also ein Bild oder einen Film. Also nehmen wir mal hier ein Bild. Und wenn man das tut, dann ist sie erstmal schwarz, denn bevor wir das verwenden können, müssen wir ein Bild laden. Nachdem wir jetzt hier Image oder Movie eingestellt haben, kann man hier, wenn man ein bisschen runter scrollt, kann man jetzt hier in diesem Panel Image entweder ein vorhandenes Image öffnen und verwenden, ein neues Bild generieren, man kann ja im Blender auch malen, oder man öffnet ein Bild von der Festplatte. Und das möchte ich jetzt mal tun. Also ich gehe jetzt hier auf Open und gehe jetzt in meinen Desktop auf den Ordner mit meinen Blendfiles und habe jetzt hier einen Ordner mit Bildtexturen. Und diese Bildtexturen habe ich runtergeladen von einer Seite mit frei verfügbaren Texturen. Aber hier möchte ich jetzt erstmal auf die Vorschau gehen, um ihr ein Bild auszuwählen. Die Vorschau, die findet man hier oben. Das ist also dieses Bild mit den vier Kacheln. Und hier sieht man jetzt die Vorschau von diesen Bildern. Und wir können jetzt mal versuchen, diese blaue Tür auf unsere Objekte drauf zu mappen. Und jetzt wähle ich dieses Bild aus, einfach mit der linken Maustaste draufklicken. Das wird jetzt hier auch angezeigt, dieser Pfad. Und jetzt kann ich mit Open Image dieses Bild öffnen. Man sieht hier auch die Vorschau. Und wenn man das jetzt rendert, dann sieht das Ganze also etwas merkwürdig aus. Denn bei allen diesen Objekten ist jetzt dieses Bild etwas anders angebracht. Also bei diesem Würfel hat man also von oben dieses Bild und hier nur solche Streifen. Bei der Kugel hat man hier solche Ringe. Bei dem Affenkopf sieht das zunächst mal gut aus. Aber wenn man den jetzt umdrehen würde, auch das würde etwas merkwürdig aussehen. Und auch hier bei diesem Zylinder haut das nicht ganz hin. Also das, was bei diesen prozeduralen Texturen noch wunderbar funktioniert hat, nämlich diese Texturen einfach auf das Objekt draufbringen, ohne dass man jetzt groß was einstellen muss, das funktioniert hier eben nicht mehr. Denn gerade wenn man Bildtexturen verwendet, dann muss man auf das korrekte Mapping achtgeben. Da wir ja schon Farben haben von unserem Bild, kann ich Colors mal ausstellen. Wenn ich hier einen Farbverlauf verwenden würde, dann würde dieser Farbverlauf die ganzen Farben von dem Bild überschreiben. Deswegen lassen wir das mal. Also Colors, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Bild haben wir geladen. Mache ich jetzt auch zu. Aber was eben wichtig ist, ist das Mapping. Und für dieses Mapping werden jetzt eben ganz bestimmte Koordinaten verwendet, und zwar die Generated Coordinates. Das sind die Koordinaten, die jedes Objekt von Haus aus mit sich bringt. Das sind einfach die drei Achsen, die das Objekt hat. Und diese drei Achsen, die kann man noch unterschiedlich auf das Objekt drauf mappen. Und diese Mapping, oder genauer gesagt, kann man eine bestimmte Projektion verwenden. Und im Moment ist hier die Flat Projection, also die flache Projektion. Und was das bedeutet ist, man kann sich das vorstellen, als wenn man mit einem Diaprojektor dieses Bild auf das Objekt drauf projiziert, und da hier nur eine Achse verwendet wird, nämlich die Z-Achse, erscheint das Bild jetzt nur hier oben auf der Oberfläche, und hier sieht man nur diese Streifen. Und da das Bild jetzt auch hier von oben auf diese Kugel drauf projiziert wird, kommt es also hier zu diesen Verzerrungen am Rand, und ist also insofern eigentlich nicht wirklich geeignet, außer man verwendet jetzt eine Fläche. Also wenn ich jetzt hier auf meine Grundfläche ein Bild drauf projizieren will, dann kann ich natürlich die Generated Flat Projection nehmen. Gar kein Problem. Aber sobald ich halt hier einen dreidimensionalen Körper habe, dann ist diese Flat Projection problematisch. Und man kann diese Projektion auch ändern, und zwar von Flat Projection in vier verschiedene Arten gibt es. Also einmal Flat, Cube, Tube und Sphere. Und wenn ich jetzt mal Cube Projection verwende, dann müsste das natürlich hier für unseren Kubus auch ganz gut funktionieren. Und tatsächlich, hier ist es jetzt von allen sechs Seiten, wird dieses Bild auf diesen Würfel drauf projiziert. Das funktioniert hier also sehr gut. Im Falle von der Kugel kommt es auch hier zu diesen Schnittkanten. Das sieht also nicht so gut aus. Und auch bei dem Zylinder kann man sich jetzt streiten, ob das gut aussieht oder nicht. Also es ist also einfach eine andere Art des Mappings. Wenn ich jetzt mal hier auf Spherical Mapping gehe, also Kugelmapping, dann wird das hier ganz anders um diese Kugel rumgelegt. Kann also bei einer bestimmten Textur hier ganz gut funktionieren. Im Falle von dem Würfel und den anderen Objekten sieht das wiederum nicht so gut aus. Also in manchen Fällen kann man mit diesem Generated, Cubic oder Spherical Mapping ganz gute Ergebnisse erzielen. Besonders wenn man kleine, sich wiederholende Texturen hat. Also im Falle von diesem Bild, von diesem Garagentor, sieht das so ein bisschen merkwürdig aus. Wenn das jetzt aber kein Foto wäre von einem Objekt, sondern eher das Foto von einer Struktur, dann kann das hier schon wirklich ganz gut funktionieren. Vielleicht können wir das mal ausprobieren. Ich lösche jetzt mal hier diese Textur, beziehungsweise ich deaktiviere die, erstelle eine neue, also wieder Image or Movie, gehe dann hier zu meinem Image, klicke auf Open, gehe dann nochmal zu diesem Ordner, auf die Vorschau und jetzt schaue ich mal, ob ich hier sowas habe, sowas etwas mehr Prozedurales. Also das könnte ganz gut funktionieren hier. Vielleicht kann man sich dieses Bild mal auch in groß anschauen und zwar verwende ich dafür diesen Image Editor, in dem ich mich ja eh schon befinde, kann also statt dem Renderresultat auch ein Bild anzeigen und das Bild, das wir jetzt gerade verwenden, ist Image 1748. Das ist also das hier. Also ein Bild, was, ja, könnte im Grunde auch eine prozedurale Textur sein. Also das ist ein Muster, was sich hier wiederholt. Und wenn man das jetzt hier verwendet, dann kann ich hier wieder auf Cube Mapping gehen, drücke F12 und Sie sehen, also hier funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also man sieht hier, dadurch, dass es so ein, ja, so ein Bild ist, mit so einer Struktur, sieht man jetzt nicht, dass es dieses Bild hier wiederholt. Hier funktioniert das also eigentlich in allen vier Fällen ganz gut und kann man so also eine etwas interessantere Struktur verwenden als diese prozeduralen Texturen und wenn ich jetzt hier noch zum Beispiel bei der Influence noch Geometry Normal einschalte, also Bump Mapping verwende, ich mache das mal auf 0,1, dann ist das jetzt hier schon ein ganz interessantes Steinmaterial. Vielleicht könnte man sogar noch stärker das machen mit 0,5. So, und hier haben wir jetzt wirklich eine schöne Steinstruktur und das kann man eben sehr schön mit diesen strukturartigen Bildtexturen erreichen. So, neben diesen Generated Coordinates gibt es noch andere. Also wenn ich hier mal reinschaue, dann gibt es hier noch eine ganze Reihe von anderen Texture Coordinates und eine der wichtigsten neben Generated ist UV und UV, das kennen wir schon, also U- und V-Koordinaten von der Kugel, ist das einfach nur eine andere Bezeichnung für eine Art von Koordinate und UV, das übersetzt eben die 3D-Koordinaten in 2D-Koordinaten. Um jetzt zu verdeutlichen, was das genau bedeutet, stellen wir uns mal vor, wir wollen auf diesen Würfel Zahlen aufbringen oder Zahlen wirklich in einen Würfel modellieren. Also wenn wir auf diesen Würfel jetzt hier diese Zahlen von dem Würfel draufmalen wollen würden, ja, wie machen wir das? Generated würde ja nicht funktionieren. Denn wenn wir jetzt ein Bild hätten, wo hier die 1 wäre, hier die 2, da die 3, dann würde ja mit Generated Coordinates würde das nicht funktionieren, denn wir hätten überall die gleichen Zahlen. Nun kann man natürlich sechs verschiedene Bilder anfertigen und für jedes Bild ein eigenes Material verwenden, aber das ist nicht wirklich sinnvoll und auch nicht praktisch. Und daher gibt es eben dieses sogenannte UV-Mapping, denn man kann jetzt die Koordinaten von diesen Flächen in 2D-Koordinaten übertragen. Also man kann im Grunde diesen Würfel auffalten und dann auf diesen aufgefalteten Würfel die Textur aufbringen und im Rendering erscheinen die dann natürlich wieder an der richtigen 3D-Koordinate. Und um das zu demonstrieren, nehmen wir uns mal den Würfel beziehungsweise erstmal die anderen Objekte, die möchte ich jetzt nämlich auf eine andere Ebene bewegen, also M für Move to Layer und die kommen jetzt mal auf Ebene 2. Der Würfel kommt hier schön in die Mitte. So, und jetzt möchte ich ein ganz bestimmtes Bild auf diesen Würfel aufbringen. Und damit wir jetzt dieses Bild besser anschauen können, teile ich mal den Bildschirm und öffne hier links den UV-Image-Editor. Diesen Image-Editor, den kennen wir ja schon. Das ist nämlich der, in dem immer das Renderergebnis angezeigt wird. Aber dieses Renderergebnis möchte ich jetzt gerade mal nicht sehen. Deswegen lösche ich das und jetzt öffne ich dieses Bild. Und zwar könnte ich das entweder tun, indem ich hier direkt die Textur erstelle oder indem ich erstmal das Bild von hier aus öffne mit Image, Open Image oder Alt-O. Gehe jetzt wieder in meinen Textur-Ordner und habe hier dieses Bild von einem Würfel gemalt. Also das Bild von dem Würfel, das ist natürlich jetzt nicht der Würfel, sondern einfach nur die Augenzahlen. Also Sie können sich jetzt hier vorstellen, wenn ich mit dem Grease-Pencil das einzeichne. Also hier, so wären jetzt diese einzelnen Felder. Und Sie haben das sicherlich schon mal gemacht, dass man einen Würfel aus Papier bastelt. Und dann hätte man also ein DIN A4-Blatt, das man dann so aufschneidet und faltet, dass man hier so aus diesen sechs Flächen einen Würfel zusammen bastelt. Und dann muss man natürlich hier mit den Klebeflächen hier die Klebeflächen noch mit dran basteln. Dann kann man das hier zusammen kleben. Aber das müssen wir im 3D-Raum nicht machen. Hier reicht es ja, wenn wir die Vertices miteinander verschmelzen. Aber erstmal brauchen wir natürlich einen Würfel, der hier so auseinander gefaltet ist. So, ich schaue mir jetzt das mal nochmal im 3D-Raum an. Und zwar möchte ich hier Fullscreen gehen. Deswegen Umschalt-Leertaste für Fullscreen oder View-Toggle-Fullscreen. Und um diesen Würfel jetzt in 2D-Koordinaten zu übersetzen, brauchen wir jetzt nicht in den Elden-Modus gehen und diese Flächen abtrennen. Das kann man übrigens mit V. Also mit V kann man Kanten auseinanderschneiden. Wenn ich hier eine Kante auswähle und drücke V, dann kann ich die jetzt hier so abschneiden. Das müssen wir Gott sei Dank nicht tun. Also wir müssen nicht wirklich diesen Würfel zerlegen. Aber wir müssen trotzdem irgendwie die Koordinaten erstellen. Und dieses Erstellen der Koordinaten beziehungsweise von den UV-Koordinaten, das kann man machen mit dem Befehl Unwrap. Unwrap wie Auswickeln. Und den finden Sie auch hier in der Werkzeugleiste etwas weiter unten bei UV-Mapping. Hier gibt es diesen Befehl Unwrap, also Auspacken. Dieses Auspacken, das kann man nur im Edit-Modus tun. Und zwar nur mit der Auswahl. Das heißt, wenn hier nichts ausgewählt ist und ich drücke hier auf Unwrap, passiert nichts. Also muss ich erstmal alles auswählen und kann jetzt auf U drücken. Oder ich benutze hier den Befehl, das ist genau das Gleiche. Shortcut ist U. U wie Unwrap. Also U. Und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Und ich nehme mal das oberste, nämlich Unwrap. Und bevor ich jetzt hier draufklicke, drücke ich mal wieder auf Umschalt-Leertaste oder auf Back to Previous, damit wir hier sehen, was passiert. Wenn ich U drücke und dann auf Unwrap gehe, dann passiert hier etwas. Denn jetzt haben wir hier auf einmal die Vertices und wir haben auch eine Fläche scheinbar. Und jetzt sind also diese sechs Flächen von 3D-Koordinaten in 2D-Koordinaten umgewandelt worden. Haben jetzt also hier eine sogenannte UV-Textur, eine UV-Texture oder auch eine UV-Map. Und diese UV-Map, die ist Teil der Object-Data. Also Sie merken, es wird langsam komplex. Aber es macht ja nichts. Also wir gehen mal zu der Object-Data von dem Würfel und sehen jetzt hier, dass bei UV-Maps haben wir jetzt eine UV-Map angelegt. Und hier jetzt, wenn ich nochmal zu den Textureinstellungen gehe, dann kann ich hier mal eine neue Textur erstellen. Also New, Clouds, Image or Movie. Und dann brauche ich es nicht mehr öffnen. Das Bild ist ja schon in Blenders Zwischenspeicher geladen. Deswegen kann ich dieses Bild von hier aus jetzt auswählen. Also das ist der Würfel. Würfel taucht hier auch auf. Und wenn ich das jetzt rendere, dann natürlich haben wir ein Problem, denn im Moment wird noch die Flat-Projection verwendet. Also das haut noch nicht hin. Jetzt könnt ihr also erstmal im Mapping von Generated und auch von Flat... Wir können erstmal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt auf Cube gehe. Und auch das bringt uns natürlich nicht weit. Also wir können jetzt umstellen von Generated auf UV. Und wenn man das tut, dann hat man noch zwei Sachen zur Auswahl. Nämlich einmal, man kann auswählen, in welchem Map man verwendet. Also wenn man hier mehrere Maps hat, und das ist in manchen Fällen möglich und auch sinnvoll, aber in diesem Fall nicht. Also dann kann man hier jetzt auswählen, welche Map verwendet wird für diese entsprechende Textur. Und auch hier kann man eine Projektion einstellen. Allerdings ist es in der Regel bei UV-Koordinaten immer so, dass man statt Cube Flat verwendet. Also bei UV immer Flat. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt diese anderen zwei, drei Mapping-Arten gibt bei UV. Egal, also bei UV immer Flat Projection. Und das sieht genauso aus wie vorher. Also das hat uns noch nicht weitergebracht. Denn was wir hier erstmal leisten müssten, ist, dass wir den einzelnen Flächen einen einzelnen Bildausschnitt von diesem Bild zuweisen. Also genauso wie wir hier diese einzelnen Kästchen haben, diese Kästchen müssen jetzt den einzelnen Faces zugewiesen werden. Und man kann jetzt im Edit-Modus hier, wenn man mal in den Face-Select-Mode geht, eine Fläche auswählen und die jetzt hier skalieren. Also ich habe jetzt diese Fläche ausgewählt und Sie sehen jetzt, diese Auswahl sieht hier etwas anders aus. Also ich habe jetzt hier nicht mehr diese dunkel-orange Fläche, sondern nur noch einzelne ausgewählte Vertices. Und jetzt kann ich mit dem gleichen Befehl, in dem ich im Viewport etwas skalieren würde, könnte ich jetzt auch hier sagen, S könnte das hier kleiner skalieren und kann jetzt mit G das Ganze hier rüber bewegen. Sodass jetzt diese Fläche zum Beispiel die 2 wäre. Und so kann ich jetzt diese Fläche auswählen, sehen jetzt hier die ausgewählten Vertices, kann jetzt mit S das auch kleiner machen, hier rüber bewegen und so weiter. Und kann das jetzt also für jede Fläche machen. Und diesen Befehl, den nennt man Unwrapping. Jetzt ist das im Falle von diesem Würfel noch relativ einfach, dass wir hier jetzt diese 6 Flächen nehmen und hier auf diesem Bild verteilen. Aber Sie können sich vorstellen, dass sobald man hier etwas komplexere Modelle hat, dann kann das eine relativ mühsame Arbeit werden. So, jetzt sehen wir immer nur die aktuelle Auswahl. Wenn ich jetzt mal A drücke, um hier alles auszuwählen, dann sehen Sie also, wir haben jetzt hier eine Fläche, hier, hier, hier und hier. Und auch eine Fläche, die hier noch fehlt. Und das ist die, die jetzt noch auf die 4 muss. Die kann ich jetzt hier auch mit der rechten Maus, das einzeln auswählen. Drücke jetzt also nochmal S und bewege das jetzt hier rüber und habe jetzt also die Koordinaten für jede Fläche festgelegt, sodass, wenn ich das jetzt rendere, wir schon fast das richtige Ergebnis haben. Also jetzt sind diese Punkte auf den richtigen Flächen verteilt. Soweit, so gut. Jetzt kann man dieses Unwrapping aber auch noch vereinfachen. Also statt jetzt jede Fläche einzeln auszuwählen und dann zu positionieren, kann man das auch Blender machen lassen. Und damit das jetzt möglich wird, muss man erstmal Schnittkanten anlegen. Also der umgekehrte Weg im Grunde von diesem Würfel basteln, also wenn man im Würfel erstmal ein Papier zurechtschneidet, indem man hier diese Kanten aufschneidet, müsste man beim Würfel das umgekehrt machen. Man geht von dem fertigen Würfel aus und schneidet anschließend dann hier diese Kanten auf, sodass anschließend diese Kanten hier gefaltet werden können. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, wo wir da schneiden müssten. Also wir stellen uns mal vor, wir wollen den Würfel basteln und eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, diese drei Kanten aufzuschneiden, sodass man anschließend, wenn es jetzt ein wirklicher Papierwürfel wäre, sodass man anschließend diese Fläche nehmen kann und hier runterfalten. Und dann hätten wir hier ein Loch. Das gleiche würden wir dann auf der anderen Seite natürlich auch machen. Also wenn wir das jetzt aufschneiden, dann könnten wir anschließend diese Fläche nach unten kippen. Und da hier dann schon geschnitten ist und hier auch, kann man dann auch diese Fläche nehmen und nach unten bewegen. Also auffalten. Und mit dieser Fläche kann man das dann auch machen. Beziehungsweise, da hier dann überall schon geschnitten ist, kann man jetzt auch diese Kante nehmen und auch nach unten bewegen. So, ich lösche jetzt mal diesen Grease Pencil wieder. Und dieses Schnittkanten erstellen, das kann man machen, indem man einen Seam, also das ist übersetzt eine Schnittkante, einen Seam markiert. Das heißt, ich würde erst mal die entsprechenden Kanten, die ich schneiden will, auswählen. Also fangen wir auch wieder mit dieser Fläche hier drüben an. Also wähle ich jetzt erst mal diese drei Kanten aus, die ich aufschneiden will und kann jetzt hier in meiner Werkzeugleiste in dem UV-Mapping-Menü Mark Seam, also Schnittkante markieren, ausführen. Wenn man das tut, dann werden diese Kanten hier rot markiert. Und wenn ich jetzt nochmal alles auswähle und auf Unwrap drücke, dann sieht man, was passiert. Und ich lösche jetzt mal kurz dieses Bild von dem Würfel, damit man besser sieht, wie die Schnittkanten gehen. Also man hat jetzt hier auf einmal etwas ganz anderes. Jetzt haben wir hier nämlich diese eine Fläche, die hier aufgeschnitten ist und dann die anderen fünf Flächen, die sind hier noch miteinander verbunden und bilden hier so diese merkwürdige Form. So, jetzt gehe ich aber weiter in den 3D-Viewport und erzeuge weitere Schnittkanten. Denn jetzt schneiden wir mal hier drüben auf. Also diese Kante auswählen, diese und diese hier. Jetzt wird also hier aufgeschnitten, indem ich auf Mark Seam gehe. Und auch jetzt wähle ich wieder alles aus, gehe auf Unwrap, wähle Unwrap aus und jetzt sieht das wieder anders aus, aber immer noch nicht korrekt. Denn es fehlt noch eine Kante, denn um einen Würfel zu basteln, müssten wir auch noch diese Kante aufschneiden. Damit man jetzt diese beiden Flächen nehmen kann und auch hier nach unten klappen. Also die hier und die hier. Deswegen gehe ich jetzt wieder in den Edge Select Mode mit STRG-Tab 2, wähle diese Kante aus und klicke jetzt auf Mark Seam. Wähle wieder alles aus, also A und drücke jetzt nochmal auf U, Unwrap und siehe da, jetzt haben wir hier unseren Würfel schön ausgepackt. Also das könnte man jetzt wieder zusammenfalten, wenn das jetzt ein wirkliches Stück Papier wäre, zu einem Würfel und können jetzt diese Punkte, diese 2D-Repräsentationen von den 3D-Koordinaten, die können wir jetzt auswählen mit A und wenn ich jetzt hier das Bild nochmal anzeige, also Würfel, dann kann ich diese Koordinaten jetzt nehmen und nach oben bewegen. Also ich kann G drücken und bin jetzt wieder im Grab-Modus und damit ich die wirklich nur nach, direkt nach oben bewege und jetzt auch nicht hier schräg durch die Gegend, kann ich die wieder an eine bestimmte Achse binden, nämlich die Y-Achse und bewege das jetzt hier hoch und habe damit dieses Bild an meinen Würfel dran gemappt. Und wir haben ja noch diese UV-Koordinaten ausgewählt, jetzt rendere ich das nochmal und siehe da, jetzt haut das also perfekt hin. Und dieses UV-Mapping, das ist zugegebenermaßen relativ kompliziert und wird daher leider gerne von Anfängern auch vermieten, aber ich kann Ihnen das nur wärmstens empfehlen, denn durch dieses UV-Mapping können Sie also viel präziser definieren, wo auf Ihren Objekten, die Textur anliegt und hier hat man also viel mehr Freiheiten als mit diesem Generated-Mapping. Dieses UV-Mapping, das brauchen Sie nicht nur, um schon vorhandene Bilder auf ein Objekt drauf zu mappen, sondern auch, um neue Bilder auf ein Objekt draufmalen zu können. Und damit befasst sich jetzt diese Lektion, also wir wollen erstmal ein etwas aufwendigeres Unwrapping erstellen und anschließend dann auf dieses Unwrapping ein Bild aufbringen und auch bemalen. Dafür mache ich mir als erstes mal diesen UV-Editor hier links auf und statt dem Würfel möchte ich jetzt mal den Monkey, also Susanne, der Spitzname Susanne, bemalen, also AddMeshMonkey und damit der nicht so auf dem Kopf liegt, drehe ich den jetzt auch mal 90 Grad, also RX90, dann 1, um hier von vorne drauf zu schauen und wenn ich jetzt in den Edit-Modus gehe, dann könnte ich mal versuchen, ob ich mit UV-Unwrap weiterkomme. Und das ist also kein wirklich sinnvolles Layout hier und das liegt daran, dass jetzt manche Flächen ganz klein sind und andere Flächen ganz groß. Und das Problem dabei, das kann ich Ihnen vielleicht verdeutlichen, wenn ich mal ein neues Bild erstelle, nämlich das sogenannte UV-Test-Grid. Also klicke ich jetzt mal auf New und haben jetzt hier dieses Menü und können hier dieses Test-Grid erstellen. Klicke ich mal auf OK und dieses Test-Grid jetzt besteht aus diesem Schachbrett-Muster mit diesen kleinen Symbolen hier da drauf und das kann man eben verwenden, um zu testen, ob die Flächen hier gleichmäßig verteilt sind. Und das ist ganz offensichtlich nicht der Fall, denn einige Flächen hier vom Hinterkopf, die sind ganz groß dargestellt und andere vom Gesicht ganz klein. Dann ist es natürlich gerade bei so einem Modell von einem Kopf das Wichtigste, dass das Gesicht gut repräsentiert ist, dass man also genug Platz hat oder genug Pixel zur Verfügung hat, um auf diesem Gesicht zu malen und deswegen braucht man hier ein besseres Unwrapping. Und da möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen, wie man an so ein Modell herangeht. Also zunächst würde man sich überlegen, wo man denn schneiden will. Und ganz so, wie wenn man einem Tier die Haut abzieht, würde man auch hier an einer Stelle schneiden, wo es also nicht zu sehr auffällt. Das wäre in dem Fall der Hinterkopf, denn das Gesicht soll ja intakt bleiben. Also zumindest idealerweise sollte es das. Also ein Ort, wo man hier schneiden könnte, wäre eben der Hinterkopf. Also das alles könnte man hier aufschneiden und zwar bis hier unter Skin. Und das will ich jetzt mal tun. Deswegen gehe ich mal in den Kanten-Auswahlmodus und kann jetzt mit der rechten Maustaste hier diese Kanten auswählen. Als kleiner Tipp, man kann im Kanten-Auswahlmodus auch Loops auswählen und zwar nicht nur Loops, die um ein Objekt herumgehen, also Alt-Rechte-Maus-Taste. Das geht jetzt ja hier bis zur Nase hoch, sondern man kann auch zwischen zwei Edges einen Loop auswählen und zwar indem man die Steuerungstaste gedrückt hält. Und das funktioniert wirklich nur im Kanten-Auswahlmodus. Also ich habe jetzt hier diese Kante ausgewählt und drücke jetzt die Steuerungstaste und jetzt Rechte-Maus-Taste und zwar auf diese Kante hier und Sie sehen, dass jetzt alles dazwischen ausgewählt wird. Und so kann ich jetzt hier weitermachen und ich hier so langsam an meinen Loop herantasten und zwar möchte ich gerne hier bis direkt unter das Kinn schneiden. Also ich habe das jetzt hier ausgewählt und um hier direkt sehen zu können, was passiert, würde ich jetzt diese Kante als Theme, also als Schnittkante markieren. Und zwar kann man das tun, das wissen Sie schon, entweder hier mit diesem Menü, also UV-Mapping-Mark-Theme oder Sie verwenden das Edge-Menü. Das Edge-Menü, das kennen wir auch schon, das finden Sie hier bei Mesh oder bei STRG-E. Und ich verwende jetzt mal diesen Shortcut, also STRG-E, Control-Edges und dann finden Sie hier diesen Befehl Mark-Theme und das ist jetzt also rot markiert. Und wenn ich jetzt alles auswähle und U drücke, dann kann ich jetzt mit Unwrap das Ganze hier so aufschneiden. Sie sehen schon, dass hier jetzt dieses Gesicht zusammenhängt und dass die Flächen viel größer sind. Also das ist jetzt eine viel bessere Verteilung und um sich jetzt diese Textur auf dem Mesh anschauen zu können, öffne ich jetzt mal das Properties-Menü von dem 3D-Viewport und gehe in das Display-Menü und kann jetzt hier einstellen Textured Solid. Und das bedeutet, dass im Solid-Viewport-Shading-Modus auch die Textur noch extra angezeigt wird. Und Sie sehen jetzt hier, wenn ich mal mit Umschalt-Leertaste-Fullscreen einstelle, dass jetzt hier diese Textur, dieses Schachbrett-Muster auf dem Mesh draufliegt. Man könnte natürlich auch statt diesem Textured Solid direkt den Textur-Modus verwenden. Das Problem hierbei ist, dieser Textur-Modus, der ist auch abhängig von der Beleuchtung. Das heißt also, je nachdem, wo diese Lampe ist oder zwei Lampen sind, wäre es mal hell, mal dunkel. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier auch schon mal die Beleuchtung testen kann, direkt im Viewport. Aber fürs Texturieren ist das eben relativ unpraktisch, eben weil man halt auf diese Lampen angewiesen ist. Und deswegen gehe ich lieber hier in diesen Textured Solid-Draw-Mode, also Solid, und habe jetzt hier die Textur. Und jetzt drücke ich mal T und N, um diese beiden Menüs zu verstecken, damit ich hier etwas mehr Platz habe. Und kann jetzt hier die Textur noch editieren. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel R drücken, um das Ganze zu rotieren. Damit hier das auch wirklich zentriert, schön ausgerichtet hier in meinem Bildschirm sitzt, dass auch hier dieses Schachbrettmuster nicht so schräg ist, sondern schön gerade. Und was mich noch ein bisschen stört, ist, dass immer noch hier gerade bei den Augenbrauen ich hier so große Flächen habe. Und hier relativ kleine. Das heißt also, dass diese Flächen hier in der UV-Ansicht relativ viel Platz einnehmen, so dass hier also viel mehr Pixel auf diesen Flächen liegen, als hier zum Beispiel. So dass hier, weil hier diese Flächen relativ klein sind, hier viel weniger Pixel zur Verfügung stehen. Und gerade beim Gesicht wäre es ja so, dass man hier die Pixel am Gesicht braucht, um die Details zu malen. Und am Hinterkopf, da kommen eh Haare drüber oder irgendwas. Deswegen bräuchte man die hier gar nicht so sehr. Und deswegen kann man noch einen weiteren Schnitt einfügen. Nämlich kann man hier, da wo der Schnitt hier an die Augenbrauen stößt, noch etwas weiter schneiden und zum Beispiel noch diese Schnittkante auch noch mit aufschneiden. Und ich zeige Ihnen jetzt noch einen Trick, wie Sie live mitverfolgen können, wie sich Ihre UV-Koordinaten entfalten. Denn im Moment ist es ja so, dass nur das hier angezeigt wird, was ausgewählt ist. Also nur wenn ich hier eine Fläche auswähle, sehe ich die auch in meinem UV-Muster. Und um jetzt alles anzusehen, müsste ich A drücken, um hier alles ausgewählt zu haben. Der Vorteil bei dieser Methode ist, sobald hier einmal alles ausgewählt ist und ich hier alles sehe, kann ich hier mit A auch wieder alles abwählen, sodass ich jetzt einzelne Koordinaten bearbeiten kann. Oder zum Beispiel diese beiden Formen, das sind nämlich die Augen. Also könnte ich die hier auswählen und dann mit STRG-L das auswählen, was miteinander verbunden ist. Den Befehl kennen wir schon aus dem 3D-Viewport. Also das funktioniert hier auch, sodass man hier das jetzt anders anordnen kann. Aber was ich Ihnen zeigen will, ist eben, dass man auch das so einstellen kann, dass die Auswahl synchronisiert ist. Sodass ich jetzt hier, wenn ich diesen Button einschalte, Keep UV and Edit Mode Mesh Selection in Sync, dann wird immer alles angezeigt und die Auswahl wird synchronisiert. Das heißt, ich sehe hier immer auch mein Mesh, mein Gitternetz von den UV-Koordinaten und kann hier jetzt auswählen und die Auswahl wird dann hier eben synchronisiert. Und der Vorteil ist, ich kann auch die Schnitte setzen und sehe gleichzeitig, welche Kanten hier ausgewählt sind. Und das Besondere dabei ist, wenn ich hier nochmal die Werkzeugleiste aufmache, dann gibt es hier ganz unten bei den Mesh Options eine Option, nämlich Live Unwrap. Und sobald ich hier jetzt eine Kante als Schnittkante markiere, mit STRG-E und Mark Theme, dann wird sofort geschnitten. Und zwar ohne, dass ich hier erstmal alles auswählen muss und ohne, dass ich diesen Unwrap-Befehl ausführe. Also das ist hier ganz praktisch unten in den Mesh Options. Man könnte auch die Mesh Tools einklappen, dann sieht man hier diese Optionen und hier das Häkchen Live Unwrap macht das Ganze also etwas schneller und kann jetzt hier also auswählen, was hier noch geschnitten werden soll. Zum Beispiel bis hier rüber Mark Theme und direkt wird hier aufgeschnitten und das mache ich jetzt auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Also hier, hier und hier. Ich kann das auch mal im Wireframe-Modus anschauen. Das wären dann also diese Kanten hier. Also STRG-E Mark Theme und hier sieht man jetzt, dass dadurch, dass jetzt diese Spannung hier zwischen diesen Punkten wegfällt, ist jetzt hier mehr Platz und diese Faces hier können im UV-Image-Editor jetzt mehr Platz einnehmen und können daher auch mehr Pixel auf die 3D-Koordinaten draufbringen. Also drücke ich nochmal Z um mir die Textur anzuschauen und das ist jetzt also eine viel bessere Verteilung und damit kann man jetzt arbeiten. Falls Sie die Koordinaten nochmal bearbeiten wollen, dann können Sie auch ganz normal die Tools verwenden, die wir im 3D-Viewport auch zur Verfügung haben. Also Auswahl, Box-Auswahl beziehungsweise Border-Auswahl, G für Grab, S für Scale und R für Rotieren und dann gibt es noch eine extra Option, die haben Sie auch im 3D-Viewport zur Verfügung, die hatte ich Ihnen aber noch nicht gezeigt und das ist das sogenannte Proportional Editing, also proportionales Editieren und das finden Sie hier, dieser Button hier mit diesem Kreis, wenn Sie hier mal draufklicken, dann können Sie hier Proportional Editing einschalten und das Gute dabei ist, wenn Sie jetzt hier einen Punkt auswählen oder eine Kante und G drücken, dann wird nicht nur diese Kante bewegt, sondern gleich eine ganze Portion von Ihrem Mesh. Und zwar kann man diese Größe, diese Proportional Editing Size mit dem Mausrad beeinflussen. Ich scrolle jetzt hier mal noch etwas raus und drücke nochmal G. Sie sehen jetzt hier diesen Kreis und wenn ich diesen Kreis jetzt verkleinere, indem ich das Mausrad bewege, dann sehen Sie jetzt, wie ich hier so eine ganze Region hier mit einem schönen weichen Falloff bearbeiten kann und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinzoome, dann kann man also hier jetzt schön zum Beispiel das Auge auswählen und mit G und diesem Proportional Editing direkt nicht nur diesen einen Edge Loop verschieben, sondern gleich eine ganze Region. Das kann man dann auch hier drüben im 3D Viewport direkt mit beobachten, wie sich das auswirkt, sodass ich jetzt also einfach mit diesem Proportional Editing, also mit dieser Einstellung hier, ganz schön die Koordinaten bearbeiten kann. Also das wäre hier das fortgeschrittene Unwrapping und im nächsten Schritt können wir dieses Unwrapping jetzt benutzen, um darauf zu malen. Nachdem wir jetzt eine UV-Map von diesem Mesh erstellt haben, wollen wir im nächsten Schritt direkt im Viewport auf dieses Bild draufmalen. Und um jetzt im Viewport etwas malen zu können, gibt es den sogenannten Texture Paint Modus. Den finden Sie hier. Und wenn man diesen Modus aktiviert, dann kann man, wenn man ein Unwrapping mit entsprechendem Bild hat, auf diesem Bild jetzt direkt malen. Und Sie sehen jetzt auch hier, wie auf diese Textur die Farbe aufgebracht wird. Aber natürlich wollen wir nicht auf diesem Schachbrett-Muster malen, sondern auf einer frischen Oberfläche. Und jetzt gehe ich nochmal in den Edit-Modus, denn man muss ein neues Bild immer im Edit-Modus dem Mesh hinzufügen und kann jetzt hier den Link zu diesem Bild löschen. Also hier, X, haben jetzt hier unser nacktes UV-Mapping und können hier jetzt ein neues Bild erstellen. Und zwar, auch hier kann man wieder ein Bild öffnen oder man erstellt ein komplett neues Bild mit New. Und jetzt könnte man diese Größe, wie sie hier ist, auch verwenden oder man passt die Größe noch an. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man die korrekte Größe anwendet, denn nicht umsonst wird hier standardmäßig die Größe von 1024 verwendet und nicht etwa nur 1000. Denn beim Texture-Painting im Blender ist es ganz wichtig, dass die Abmessungen von den Bildern Zahlen verwenden wie etwa dieses 1024. Also es muss immer durch 4 teilbar sein. Also zum Beispiel 4, 16, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Also alle diese Größen liefern Ihnen eine relativ gute Performance. Also wenn ich jetzt mal ein Bild erstelle, hier in schwarz mit dieser Größe und auf OK klicke, weil ich hier noch Texture Solid eingeschaltet hatte und kann jetzt im Texture-Paint-Modus auf dieser Textur malen und sehen, dass die Performance hier relativ gut ist. Also ich kann hier schön flüssig auf diesem Bild malen die Pinselstriche, die ich hier im 3D-Viewport ausführe, die werden durch dieses UV-Mapping automatisch gemappt auf diese 2D-Oberfläche. Natürlich kann man auch hier im Image-Editor malen und zwar mit diesem Button, dann kann man auch hier jetzt auf diese Oberfläche malen und umgekehrt werden hier natürlich jetzt diese Pinselstriche von den 2D-Koordinaten in die 3D-Koordinaten übersetzt. Und um Ihnen jetzt zu demonstrieren, wie wichtig es ist, die entsprechenden Größen zu verwenden, gehe ich mal hier aus diesem Mal-Modus wieder raus, gehe in den Edit-Modus und lösche dieses Bild, erstelle ein neues und verwendet es hier mal zum Beispiel 2000 auf 1000 Pixel. Klicke auf OK und kann jetzt, wenn ich hier rauszoome, diese Textur auch anpassen, also A, alles auswählen, dann SY, um das hier etwas zu strecken. Und der Vorteil von dieser Methode ist jetzt, dass die Textur-Koordinaten besser den Platz ausnutzen, den ich bei dem Bild zur Verfügung habe. Aber wenn ich jetzt hier aus dem Edit-Modus wieder rausgehe, in den Texture-Paint-Modus und jetzt hier male, dann sehen Sie, wie das hier etwas stockend geht. Also ich kann hier nicht mehr so flüssig drauf malen und insbesondere, wenn ich hier weiter rauszoome und daher mit einem Pinselstrich sehr große Flächen mit Farbe bedecken will, dann wird das Ganze also sehr stockend und kann hier nicht mehr flüssig drauf malen. Also daher ist es ganz wichtig, dass Sie immer die entsprechenden Abmessungen verwenden. Deswegen im Edit-Modus lösche ich jetzt wiederum dieses Bild, erstelle ein neues und vergebe hier die Größe von 2048 auf 1024. So, klicke auf OK und im Vergleich zu der ersten Textur 1024 auf 1024 nutzt jetzt hier diese UV-Textur, den Platz, den wir zur Verfügung haben, besser aus. So, und wenn ich jetzt wieder aus dem Edit-Modus rausgehe, dann kann man hier also sehr schön flüssig, wunderbar auf diesem Mesh malen, beziehungsweise ich male natürlich nicht auf dem Mesh, sondern auf den Pixeln von dieser Map und wenn ich die Werkzeugleiste mal öffne, dann sehen Sie, dass sich hier die Werkzeuge auch verändert haben. Also statt den Mesh-Tools haben wir jetzt hier die Pinsel-Einstellungen, Brush, und wenn ich die mal einklappe, dann kann man hier auch noch Texturen vergeben für diese Pinsel, man kann das Werkzeug ändern und dergleichen mehr. Aber man hat eben auch dieses Hauptmenü von dem Pinsel, man kann auf dieses Bild mal draufklicken und hat jetzt hier verschiedene andere Pinsel zur Auswahl. Das normal ist dieser Brush, mit dem man Farbe auftragen kann, dann gibt es aber auch noch den Smear Brush, den Soften Brush, Text Draw, Clone und so weiter. Zum Beispiel der Smear Brush, der, wie der Name schon sagt, kann Farbe verschmieren. Also wenn ich hier jetzt so hin und her mache mit der Maus, dann kann ich die Farben hier verschmieren. Aber ich gehe mal wieder zurück zu dem normalen Brush, kann hier, indem ich die Farbauswahl betätige, jetzt auch verschiedene Farben verwenden, kann jetzt hier also die Augen anmalen, kann eine Hautfarbe auftragen und dergleichen mehr. Wenn man eine Farbe kopieren will, das geht auch, dann kann man das tun mit der rechten Maustaste. Also wenn ich hier jetzt einmal mit rechts klicke, dann sehen Sie, wie die Farbe geändert wird und zwar genau zu der Farbe, die hier direkt im Viewport unter meiner Maus jetzt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier hin klicke, dann ist die Pinselfarbe wieder schwarz. Dann kann man auch die Stärke und die Größe einstellen und zwar entweder mit diesen Reglern oder auch mit einem Shortcut. Der Shortcut für die Größe ist F, also wenn ich hier einmal F drücke, dann kann man hier sogar mit einer kleinen Vorschau die Pinselgröße einstellen oder benutzt eben hier dieses Slider-Menü. Das kann man natürlich auch machen und die Stärke kann man auch per Shortcut einstellen und das ist dann Umschalt-F, also Shift-F. Ich gehe mal hier etwas raus, damit man das besser sehen kann. Also F für die Größe und Shift-F für die Stärke. Also wenn ich hier ins Zentrum reingehe, dann wird das hier schwärzer. Wenn ich hier rausgehe, dann sehen Sie, das wird jetzt also viel schwächer, sodass wenn ich jetzt mit einer Stärke von 0,02 male, dann wird hier nur ein ganz, ganz leichter Schatten aufgetragen. Das Ganze ist auch drucksensitiv. Wenn Sie also ein Grafiktablett haben, dann können Sie durch die Druckstärke, mit der Sie hier malen, auch die Stärke bzw. die Größe von dem Pinsel einstellen. Dann gibt es noch Jitter. Wenn Sie Jitter einstellen, dann ist es kein gerader Strich mehr. Sondern ich mache das mal etwas kleiner hier und ändere die Farbe zu weiß. Dann sehen Sie, das wird jetzt hier so gepunktet dargestellt. Das ist mit so einer ausgefransten Kante. Und das kann natürlich ganz praktisch sein, um einen nicht ganz so gleichmäßigen Pinselstrich zu erzeugen. So, dann kann man hier bei Textur noch einstellen, dass zum Beispiel eine Textur verwendet wird. Jetzt klicke ich hier mal auf New. Und Sie sehen jetzt, hier ist jetzt diese Wolkentextur und auch die kann ich jetzt hier auftragen. Kann man also sehr vielseitig mit arbeiten. Wenn ich diese Textur einstellen will, dann kann ich das machen in den Texturbuttons. Und wenn ich jetzt hier zu Musgrave gehe, dann hat sich jetzt auch hier diese Textur verändert. Allerdings ist auch hier wieder Vorsicht geboten, denn Sie müssen hier aufpassen, dass Sie im richtigen Kontext sind. Wenn Sie ein Material zum Beispiel haben und gehen von diesem Material zu den Texturbuttons, dann sehen Sie jetzt hier, ist keine Textur. Also wenn Sie jetzt eine Textur erstellen, dann wirkt sich diese Textur auf das Material aus. Dieser Kontext wird hier oben angezeigt. Wenn Sie aber für den Pinsel eine Textur einstellen wollen, dann müssen Sie erst mal in den Pinselkontext gehen und können jetzt hier für diesen Pinsel diese Textur einstellen. Also das nur am Rande. Also hier kann man Texturen verwenden. Dann kann man mit Tool kann man auch das Tool ändern. Also ganz ähnlich wie hier oben. So dass hier oben noch andere Voreinstellungen mitverwendet werden. Eine Kurve kann man einstellen. Damit wird dann auch der Falloff von dem Pinsel verändert. Also wenn ich hier nochmal auf Draw gehe mit Rosa etwas kleiner. Dann wird je nachdem was für eine Kurve ich dann hier einstelle kann ich hier den Falloff verändern. Hier gibt es auch solche Voreinstellungen. Und hier zum Beispiel sehen Sie jetzt haben Sie eine ganz scharfe Kante von diesem Pinselstrich. Aber wenn man wieder hier auf die Standardkurve geht welche war es denn die hier dann ist diese Kante von dem Pinsel eher so weich. So und das was am interessantesten ist für das Bemalen von Texturen das ist das Projection Paint und mit diesem Projection Painting können Sie zum Beispiel Fotos von Personen ganz einfach auf diesem Map auftragen und das will ich Ihnen im nächsten Schritt demonstrieren. In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen wie Sie das Projection Painting vom Blender verwenden können und ich möchte jetzt hier eine Textur auf diesen Affenkopf aufbringen die schön realistisch aussieht und was liegt da näher als einfach ein Foto zu verwenden. So und wenn man mal bei Wikipedia sucht dann findet man hier auch schöne Fotos von Affen also das wäre jetzt hier ein Makake und das will ich jetzt mal runterladen also gehe ich mal zu Ziel speichern unter und lege das einfach hier in diesen Texturordner rein speichere das und will das jetzt im Blender importieren. Wie Sie sehen ist diese Textur ja nicht ganz perfekt also wenn Sie dieses Bild dieses Foto jetzt hier drauf projizieren wollen dann haben Sie hier also in dieser UV Map ein paar Verzerrungen und diese Methode des Projection Paintings die kann genau das umgehen. Und für das Projection Painting würden Sie zwei verschiedene UV Maps verwenden und hier in der Object Data da kann man jetzt zu unserer Hauptmap die nenne ich jetzt auch mal so also das ist die Hauptmap da kann man jetzt noch eine zweite UV Map anlegen also hier einfach mit diesem kleinen Pluszeichen und die nenne ich jetzt Projection und die Projection Map die wird auch durch Projektion angelegt. Sie sehen jetzt zwar dass wir hier immer noch unser Layout haben das liegt aber daran dass wir hier im Edit Modus diese UV Map erstellt haben und dadurch wird die Hauptmap gewissermaßen dupliziert und kann jetzt aber diese Map überschreiben und zwar möchte ich das tun indem ich hier aus der Frontansicht heraus auf U drücke und statt Unwrap gehe ich jetzt hier auf Project from View also projiziere die Koordinaten aus meiner Ansicht auf dieses Modell drauf. Also klicke ich hier jetzt mal und Sie sehen ich habe jetzt eigentlich fast wie so ein Foto von diesen UV Koordinaten in meinem UV Image Editor kann die jetzt größer machen kleiner machen rotieren und so weiter und das brauchen wir jetzt auch gleich auch denn ich gehe jetzt zu Image dann Open Image klicke in meinen Textur Folder wähle jetzt hier die Vorschauansicht und gehe dann hier hin wähle dieses Foto aus klicke auf Open Image und kann jetzt hier mit unseren Tools diese Textur hier anpassen und das Schöne ist da wir hier noch im Solid Draw Mode sind mit Textured Solid Draw Mode aktiviert sehen wir jetzt hier auch die Vorschau das heißt wenn ich jetzt hier dieses Bild so anpasse dass es halbwegs auf dieses Foto drauf geht dann sieht man hier jetzt also dass die Augen hier jetzt schön reinpassen und mit diesem Proportional Editing wähle ich jetzt mal diese Fläche aus habe hier also noch Proportional Editing eingeschaltet und kann jetzt also ganz genau positionieren indem ich jetzt G drücke und dann mit meinem Mausrad gegebenenfalls den Falloff von diesem Proportional Editing so verschiebe dass es also nur das beeinflusst was ich will kann jetzt hier auch die Augen zum Beispiel so rotieren das gleiche mache ich mit dem hier also positioniere das etwas anders das gleiche mache ich mit der Nase zum Beispiel kann man das auch mit dem B mit dem Border Select auswählen vielleicht gehe ich mal aus dem Flächenauswahlmodus zurück in den in den Punktauswahlmodus wähle jetzt also nur diese Punkte hier aus und mit Proportional Editing bewege ich das runter also in etwa vielleicht mit etwas mehr Falloff so dann nehme ich hier auch noch diese Mundregion bewege die runter und so kann man hier also so lange das anpassen bis man das gewünschte Ergebnis hat und Sie sehen vielleicht dass ich hier diese Transformation jetzt starte ohne groß etwas zu klicken das ist nämlich eine Besonderheit von Blender man kann auch eine Transformation starten indem man einfach die Maus zieht also rechte Maus zur Auswahl dann die rechte Maustaste gedrückt lassen und einfach ziehen und das bringt mich auch in den Bewegungsmodus und das kann ich hier loslassen und mit der linken Maustaste bestätigen und habe damit dann diese Punkte hier positioniert so also hier können Sie sich wirklich austoben und die Koordinaten anpassen bis es hier in der 3D-Ansicht auch gut aussieht weil zumindest hier für die Augen wäre es schön wenn das hier halbwegs gut aussieht so vielleicht und jetzt gilt es also diese Koordinaten auf unsere Hauptmap aufzubringen denn Sie sehen ja dass im Falle von einem Gesicht passt das hier jetzt ganz gut der ganze Rest sieht aber dürftig aus und auch haben wir hier am Hinterkopf jetzt diese Augen und das wollen wir also alles vermeiden das heißt das Einzige was ich hier verwenden will sind die Augen und hier diese Mund- und Gesichtsregionen und dafür kann man eben dieses Projection Painting verwenden und ich gehe jetzt mal zurück zu meiner Hauptmap also wähle das hier aus und Sie sehen jetzt die Textur verschwindet und wenn ich in den Edit-Modus gehe dann sieht man dass unser ursprüngliches Unwrapping hier verwendet wird und sobald ich hier wieder auf Projection klicke dann haben Sie also wieder dieses Layout mit dem Foto so und jetzt erstelle ich hier nochmal ein neues Bild also New wähle 2048 und kann auch schon mal die Grundfarbe ändern also vielleicht sowas ja Hautfarben mäßiges bräunliches weiß ich nicht vielleicht sowas in der Richtung so als Grundfarbe weiß ich nicht also zum Beispiel so dann auf OK gehen und jetzt liegt also diese Textur hier in dem UV-Image-Editor und auf diese Textur will ich jetzt an den Stellen wo ich es gerne hätte die Textur von diesem Affen von diesem Foto hier aufbringen das kann man tun indem man ich mache das hier mal ein bisschen kleiner indem man wieder zurück zu dem Texture-Paint-Modus geht und hier in der Werkzeugleiste umstellt von dem normalen Drawbrush auf Clone also klonen ich klappe das einfach ein und hier unten in den Projection-Paint-Einstellungen hier kann ich jetzt einstellen dass von einer Ebene geklont wird also hier stelle ich mal ein Häkchen ein bei Layer also bei Ebene kann jetzt auswählen welches die Klon-Ebene ist und es soll geklont werden von meiner Projection-Map auf die Haupt-Map wenn ich jetzt hier mal male dann sehen Sie hier wird jetzt von der Projection-Map das Bild geklont und zwar auf meine Haupt-Map und sogar entsprechend den Koordinaten also es wird jetzt wirklich die Koordinaten von der Projection-Map die werden jetzt hier genommen und auf meine Haupt-Map drauf projiziert so dass das jetzt also alles hier hinhaut ja und jetzt kann ich hier auch im Fullscreen-Modus mit Grafiktablett schön hier diese Textur aufbringen mit F den Pinsel größer machen mit Umschalt-F die Stärke größer machen und kann hier jetzt also das Gesicht draufmalen ist da natürlich aufpassen dass hier auch wirklich alle Faces mit erwischt werden ja also das ist eine sehr schöne Technik mehr dazu finden Sie auf der fortgeschrittenen DVD die vor einigen Monaten erschienen ist von Ruben Buchholz da wird dieser Prozess auch wunderbar beschrieben aber um jetzt hier erstmal ein wenig rumzuspielen sollte das jetzt ausreichen vielleicht nur als kurzer Hinweis Sie können natürlich auch von der Seite projizieren indem Sie eine neue Map anlegen ich nenne ich jetzt mal Seite von der Seite gucken mit 3 wiederum in den Edit-Modus gehen alles auswählen U Project from View können dann hier wiederum ein anderes Bild auswählen in diesem Fall wechsle ich nur mal zu diesem Makaken und sagen wir mal vielleicht soll hier nur das Fell verwendet werden also so zum Beispiel natürlich jetzt nicht übermäßig schön aber stellen Sie sich vor Sie hätten einfach hier ein Foto von diesem Affen von der Seite aufgenommen dann können Sie dieses Foto jetzt hier auch verwenden und die Koordinaten anpassen und wenn ich jetzt wieder zurück auf meine Hauptmap gehe dann kann ich auf diese Hauptmap wieder diese andere Seitenprojektion draufklonen indem ich jetzt hier die Ebene wechsle von Projection auf Seite kann jetzt also hier diese Seitenprojektion auf meine Hauptmap draufmalen also können wir uns nochmal anschauen indem wir hier wechseln auf das Untitled Bild hier sehen Sie jetzt wie die Haare hier jetzt aufgebracht werden und mit STRG 3 gucke ich jetzt mal von der anderen Seite drauf und auch hier kann ich jetzt die Haare draufmalen und so kann man also schön hier mit Projection Paint ganz tolle Texturen malen ist natürlich immer noch ein Prozess der viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert aber mit dieser Projection Methode kann man ja eben ganz tolle Sachen machen man kann dann auch zwischen den einzelnen Projection Maps oder den Klon Quellen hier umschalten gehe ich wieder zurück zur Projection kann hier jetzt zum Beispiel indem ich die Stärke anders einstelle also zum Beispiel hier auf nur 0,5% gehe kann ich hier jetzt schön überblenden und als letzten Hinweis zu diesem Projection Painting möchte ich Ihnen noch zeigen wie Sie auch von der Haupt Map also von dieser Map hier auf sich selbst drauf klonen können das kennen Sie vielleicht von Photoshop der Klon Stempel oder das Stempel Werkzeug das kann man hier machen indem man bei diesen Projection Paint Einstellungen nicht die Ebene verwendet also hier das Häkchen noch mal raus macht jetzt wird wenn Sie jetzt mal malen dann wird zwar immer noch etwas geklont aber die Quelle für das klonen die liegt jetzt hier bei diesem 3D Cursor und um diesen 3D Cursor zu positionieren können Sie natürlich jetzt nicht die linke Maustaste verwenden die wird ja zu Malen benutzt also stattdessen hält man jetzt die Steuerungstaste gedrückt kann jetzt mit der linken Maustaste hier drauf klicken und Sie sehen der Cursor wird jetzt hier auf dieser Oberfläche positioniert sodass man jetzt ausgehend von dieser Klon Quelle auch hier unten diese Haut Struktur aufbringen könnte oder wenn dieser Auge haben soll dann kann ich diesen Cursor hier positionieren und solange Layer ausgeschaltet ist und ich den Clone Brush verwende kann ich jetzt dieses Auge auch hier auf der Nase aufbringen also kann man hier auch bestimmte Dinge ausbessern wenn man zum Beispiel hier eine Stelle hat wo die Haare sehr schön aussehen das ist jetzt nicht der Fall aber stellen wir uns es mal vor das würde hier gut aussehen dann kann ich hier also den Cursor platzieren und von hier aus diese Haare hier rüber klonen ich stelle nochmal die Stärke auf 1 ein also hier kann man jetzt die Haare von hier drüben hier aufbringen also Sie sehen Sie haben hier vielseitige Möglichkeiten Texturen zu malen Fotos zu verwenden für das Texture Painting und hier können Sie sich also austoben ganz wichtig dabei ist natürlich dass Sie das Bild auch speichern also hier reicht es nicht wenn Sie die Blender Datei speichern denn das Bild liegt im Moment nur im Zwischenspeicher im Grafik Speicher Sie müssen dieses Bild jetzt also wirklich auf die Festplatte speichern das sehen Sie also also solange Sie neben dem Bild Titel hier oder neben diesem Bild Menü dieses kleine Sternchen sehen wissen Sie dass das Bild noch nicht gespeichert worden ist Sie müssen das Bild jetzt erst mal vom Zwischenspeicher auf die Festplatte speichern damit Blender das beim nächsten Öffnen dieser Datei dann auch findet also Image Save as Image und dann irgendwo nehmen Sie zum Beispiel hier Textur können dann noch einstellen welches Dateiformat verwendet wird Standardformat hierbei ist PNG PNG hat den Vorteil es kann auch Transparenzen speichern Sie können hier aber auch umstellen von PNG auf JPEG TARGA BMP DPX also hier haben Sie viele Formate zur Auswahl PNG ist aber in der Regel gut geeignet deswegen drücke ich jetzt hier mal auf Save as Image dieses Sternchen ist jetzt weg und damit ist das Bild jetzt auf der Bild immer noch untitled ist obwohl Sie die Datei gespeichert haben mit einem anderen Dateinamen also hier ist es so dass der Titel von dem Bild nicht gleichbedeutend ist mit dem Dateinamen so dass wenn Sie jetzt dem Material diese Textur zuweisen wollen dann müssen Sie das ja auch noch machen also wenn ich das jetzt rendere ist immer noch nur unser grauer Affenkopf ohne Textur das heißt ich eine neue Textur erstellen jetzt sollte ich auch genauer sagen wir sehen hier keine Textur sondern das Bild also damit die Textur dieses Bild verwendet muss hier erstmal eine Bild Textur erstellt werden natürlich nicht Cloud sondern Image or Movie kann dann hier dieses Bild auswählen und Sie sehen dieser Titel Untitled taucht hier auf aber der Quellpfad heißt Textur.png also Sie sehen hier taucht auch wieder dieses User Prinzip auf im Moment ist es so die beiden User die hier verwendet werden das eine ist also die Textur selber die verwendet dieses Bild das andere ist die UV Map die verwendet auch dieses Bild daher diese zwei User wenn Sie den Titel ändern in Affenkopf zum Beispiel dann taucht das hier auf und natürlich auch hier aber wenn Sie jetzt das Bild ändern wollen und gehen hierhin zu dem Source Menü und ändern hier den Dateipfad indem Sie auf dieses kleine Ordnermenü klicken und jetzt irgendein anderes Bild auswählen dann ändert sich jetzt zwar das Bild und auch die Vorschau ändert sich also alles wird hier geupdatet allerdings der Dateiname bleibt immer noch gleich also das ist eine kleine Besonderheit die sollten Sie sich merken also der Name von diesem Bild Datensatz ist nicht identisch mit dem Dateipfad also damit wir wieder unser Bild kriegen gehe ich auf das Symbol und lade aus meinem Ordner jetzt wo war es denn hier die Textur Accept und damit haben wir wieder das Bild und wenn wir das jetzt rendern dann funktioniert das natürlich noch nicht denn erst müssen wir die Textur auch mitteilen dass sie doch bitte die UV koordinaten verwenden möge also gehe ich hier zu Mapping stelle ein Coordinates sind die ich zur Sicherheit auch mal die korrekte Map aus das ist nämlich hier die Hauptmap wenn ich das jetzt rendere dann sehen sie jetzt hier dass die Textur verwendet wird vielleicht kurz mit Environment Lighting damit man das besser sieht also hier haben wir jetzt diese Textur und damit will ich dann auch dieses Kapitel Texture Painting abschließen ein